Die Faschingszeit ist wieder da. Mit Verkleidung und mit Naretei. Doch Aschermittwoch ist vorbei. Nicht so in unserem Parlament, wo Naretei kein Ende kennt. Atomkonsens, da steigt man aus. Für unsere Enkel wird's ein Chaos. Arzt 4, exakt berechnen, ist die Pflicht. Nur von der Laien stört das nicht. Mit Rechentricks glänzte ihr Thron. Fünf Euro mehr. Es ist ein Hohn. Die Kinderarmut hierzulande. Für unser Land die größte Schande. Gutscheine sollen das Unheil stoppen. Nur Deppen kann man damit stoppen. Die Kopfpauschale von Röschlers Gnaden. Für unser Land der größte Schaden. Gutscheine sollen das Unheil stoppen. Nur die Privaten sind weg und hin. So festigt man die Klassenmedizin. Mindestlohn will man gar nicht haben. Weil Konzerne sich an Dumpinglöhnen laben. Doch wie soll Mittelstand bestehen, wenn Arbeitnehmer betteln gehen? Für Banken. Wahnsinn, Schutzschirngeld. Was für die Menschen ständig fehlt. Da kann man mit Milliarden prahlen. Die Bürger sollen die Zeche zahlen. Zu Guttenberg, Gradlinig offen. Berufsarmee lässt Sieg erhoffen. Doch Träumerei von großen Siegen führt nur zu mehr und schlimmeren Kriegen. Sozialabbau, Stuttgart 21, BBI. So löst man doch Probleme nie. Seit Politik so abgehoben, bleiben die Menschen abgeschoben. Drum rufe ich, setzt euch zur Wehr. Bei Wahlen, Demos und noch mehr. Wird weiter närrisch nur regiert, bleiben wir alle angeschmiert. Behöp, behöp, behöp. Vöre, Wahlen, D stationed Pferdisch, nach dem Türennend. Schmerz, Schmerz, Schmerz.... Schmerz, Schmerz, Schmerz. Statt往皮 logic zieren, Chirchenf. Den hier in die Türennend.